Guten Morgen Leute! So, der Alltag hat uns wieder eingeholt. Es ist Montag und es geht wieder los. Die Kinder müssen in den Kindergarten, beziehungsweise der Große, die Kleiner hat heute noch ein bisschen Schulzeit. Die muss morgen erst. Und ich muss wieder in die Schule. Und ja, dann nehme ich euch heute mit. Ich werde euch mal ein bisschen zeigen. Mal gucken, was ich jetzt aufnehmen kann. Mal gucken, wer bereit ist, dafür auch bei YouTube zu landen. Und ansonsten würde ich sagen, bis gleich. Hallo Leute! Kommt mal mit. Wir gucken mal, was der Jens so schönes macht. Was machst du denn? Ich mach Abbrot. Was gibt es denn, wenn du so? Pizzateig liegt schon offen. Der Pizzateig liegt schon offen. Der Pizzateig liegt schon offen. Gleich. Und die Zutaten bin ich gerade zu beschleiten. Genau. Was ist denn du für Pizzateig? Ich? Ähm, Salami und Paprika und Käse drauf. So in der Outfits wären. Und ich will immer Thunfisch. Bäh. So. Wo haben wir jetzt mal hier den Teig? Wollen wir es schaffen? So süß. Ja, den müssen wir noch ein bisschen ausräumen. So. 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 Pizza ist fertig. Und ich zeige euch jetzt mal wie schnell so eine Pizza weg sein kann. So. So. Seid ihr? So schnell sind die Pizza alle. Wir sind satt. Wir sind satt. Und. Ich denke das war's für heute. So. 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 ich euch mal mit. Jens ist arbeiten, er kann also eh nicht filmen. Und wir müssen uns auch gleich beeilen. Ich habe noch ein bisschen Termin bei der Krippe im Lacklein und bin mal gespannt, wie es ihr so dort gefallen wird. Und ihr kommt natürlich mit. So, und los geht's. So, sind wir gleich da. Müssen wir noch zwei Meter laufen. Hier das Gebäude. Das ist schon mal. Und bin ich echt gespannt, wie es der Tanja gefallen wird. Sie kennt's ja schon von der Tagesmama. Aber in der Krippe, das ist ja doch nochmal ein bisschen was anderes. So sieht's von vorne aus. Noch ist nicht viel los hier. Klar, die Kinder gehen auch erst vormittags raus. Und ich frühe es. So, ich werde jetzt mal hier reingehen und mal gucken, wie der vormittag so wird. Bis dann. So, machen wir hier noch zu. Ja, da waren die anderthalb Stunden auch schon wieder rum. Ich muss sagen, Tanja hat sich richtig gut geschlagen. Am Anfang zwar ein bisschen schüchtern, aber zum Ende hin ist sie aufgetaut. Hat auch mit der Erzieherin und mit den anderen Kindern gespielt. Wollte zum Schluss überhaupt nicht mal heim. Wir haben liebsten dort geblieben. Aber morgen hat sie ja wieder einen Tag. Und dann kann sie wieder spielen mit den anderen. So, wir gehen jetzt zum Auto. Halten nochmal schnell beim Kinderarzt an. Brauchen noch ne ärztliche Bescheinigung. Und dann geht's heim. Mittag. Tschüss. Ja. Schon wieder im Auto. Schon wieder unterwegs. Da ich aber gestern schlauerweise unteren Wenn ich meinen Wäscheständer kaputt gemacht habe, muss ich halt los und da hinten einkaufen. Hm, passiert. So, auch der Tag ist Ende gegangen. Ihr habt ja heute den Tag eher mit Loren verbracht, weil ich an den Arbeiten war und wie gesagt, dass wenn ein Film etwas schwierig ist. Ja, ihr habt gehört, Loren hat unbändige Kräfte und die Kleine hat einen neuen Kita-Platz bekommen. Und ja, vielmehr ist heute schon nicht passiert, gestern auch nicht. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, ist kostenlos. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten bis übermorgen. Tschüss.